Wer guckt, ne? Okay, super. Ja, hier ist er, Marc Lagascos. Hallo. Schön, mal wieder in Deutschland zu sein. Wo hast du so deutsch gelernt? Dankeschön. Ich bin teilweise in Hamburg aufgewachsen. Und da habe ich durchgelernt. In der Schule. Okay. Und du sagst, du bist in Hamburg aufgewachsen. Ja. Wie ist es sozusagen, wenn man jetzt im Filmstar ist, dann auch wieder zurückzukommen? Oh, so schön. Ich meine, ich möchte eigentlich wieder in Deutschland leben. Und ob ich das schaffe mit Kindern und Familie und Arbeit, das weiß ich nicht. Aber ich hoffe, eines Tages bin ich wieder hier. Hier in Deutschland als mein Heim. Ja, möchte ich. Du hast es jetzt wirklich geschafft, super viele tolle große Filme zu drehen. Zuletzt erst John Wick 3, genialer Auftritt. Wie ist das so, wenn man, also, wie, 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 wie hast du das geschafft? Das würdest du sagen, was ist das Erfolgsgeheimnis von Marc Lagascos? Oh, goodness. Oh, goodness. Nie aufgeben. Und es ist, finde ich, sehr wichtig, immer weiter zu lernen. Und zu selbst entwickeln. Wie sagt man das? Entwickeln. Selbstentwicklung. Ja. Und vorbereitet zu sein. Ich meine, mit Martial Arts. Ich studiere immer noch Schauspieler und Shakespeare. Und ja, das ist sehr wichtig, weil für John Wick 3, das hat so schnell, das ist alles so schnell passiert. Sonntagabend habe ich einen Text von unserem Regisseur gekriegt, Chad Stahelski, für John Wick 3. Und er schrieb, der Kaskos, ruf mich bitte morgen an. Montagmorgen habe ich ihn angerufen. Und er meint, der original Hauptdarsteller für Zero ist weg und er möchte mich einladen, den Roller jetzt zu spielen. Ich dachte, wow, vielen Dank. Wann soll ich kommen? Heute Abend, sagte er. Montagabend flog ich also von Los Angeles nach New York. Dienstag angekommen. Mittwoch, meine Haare geschnitten. Donnerstag gleich filmen. So schnell ging das. Und ja, ich glaube, für mich war das eine große Ehe, mit unserem Cast und Keanu Reeves natürlich zu spielen. Und ich glaube, das war nur möglich, weil ich war teilweise vorbereitet. Ja, ich war vorbereitet mit Martial Arts und mit Schauspielen, weil ich habe nie aufgehört, weiterzulernen. Und ich versuche immer, mich besser zu machen. Und es ist nicht einfach, aber sehr wichtig. Und für mich, ich brauche das. Hast du von dem Dreh zu John Wick noch ein witziges Erlebnis von hinter den Kulissen? Irgendwas, was eben bei den Dreharbeiten passiert ist, was lustig war oder skurril? Ja, eigentlich. Also, spoiler alert, aber wir haben diese Sofa-Szene gedreht. Und in das Drehbuch, der ganze Dialog war genauso, wie man das hört im Kino. Aber das Staging, also wo wir sitzen und alles, das war nicht so, wie wir das gemacht haben. Wir haben eine Probe gemacht und unser Regisseur meinte, okay, bevor ich euch Direction gebe, mach mal, was ihr wollt und dann kann ich mal sehen. Und ich denke, okay, kann ich ein bisschen spielen, ein bisschen improvisieren. Er meinte, der Regisseur sagt, also Action an Probe. Keanu Reeves kam rein, saß da am Sofa, dann kam ich rein. Und normalerweise sollte ich so gegen den anderen sitzen. Aber ich denke, nein, ich spiele ein bisschen damit. Genau, an John Wick. Also Keanu Reeves ran und dann ein bisschen näher ran. Und mein Leg, was touching his Leg. Und ich habe gespürt, dass er, was macht er denn? Aber er hat immer noch, also John Wick gespielt, bis er ist da. Und dann saß ich runter, genau neben ihm. Und er fing ein bisschen an zu lachen, weil es ein bisschen komisch war. Aber er machte immer noch seinen Charakter mit den Zähnen. Wir haben die Zähne ganz zu Ende gespielt. Und der Regisseur meinte, okay, cut on rehearsal. Und Keanu lacht auf. Und dann hat er F-Wort gesagt. Das ist zu witzig, das können wir gar nicht machen. Das ist zu witzig, ne? Oder? Und dann der Regisseur meinte, nein, witzig, ich liebe das. Das machen wir. Und ja, ich dachte, Gott sei Dank, die haben mich nicht... They didn't fire me, ne? Weil es war nicht so wie ein Drehbuch. Und ja, das war, das war, das war witzig. Und auch, wie sagt man, mit meinem Herz, you know, I tried something different. Und, äh, it worked. Und, äh, mit Keanu und Chad Stahelski, das war so ein schönes Abenteuer. Das war ein ganz, ganz toller Abenteuer für mich. Super. Und letzte Frage noch von mir. Ja. Noch ein paar Worte, wie es für dich war, jetzt wieder in diesem Wochenende deine deutschen Fans zu treffen. Oh, wow. Okay. Ich liebe Deutschland. Und, äh, es ist immer schön, wieder hier zu sein. Und diese Energie hier im German Comic Con und die ganzen netten Leute, das war, das war keine richtige Arbeit. Das war Spaß. Ja, zwei Tage und ich habe noch Energie. Also, war toll. War toll. Dankeschön. Vielen Dank.